In diesem Video möchten wir über das Thema Schnürsenkelverstecken sprechen. Es gibt einfache Methoden, mit denen man die Schnürsenkel ganz einfach verstecken kann. Welche das genau sind, schauen wir uns jetzt an. Schnürsenkel können je nach Einfädeltechnik hinter der Lasche versteckt werden. Aber auch mit einer Metallkapsel, die extra für die Enden der Schnürsenkel gedacht ist, kann man diese ganz einfach wegzaubern. Hier sind vier einfache Techniken, wie man die Schnürsenkel einfach verstecken kann. Technik Nummer 1 ist die parallele Einfädelung. Hierzu fädelt man beide Enden von außen nach innen in die ersten Löcher von der Spitze des Schuhs aus gesehen ein, so, dass sie dann gleich lang sind. Danach geht man mit dem linken Schnürsenkel ein Loch weiter von unten nach oben und hebt ihn auf der anderen Seite von außen nach innen durch das Loch. Weiter geht es dann mit dem anderen Stück. Hier überspringt man nun das Loch, durch das der andere Schnürsenkel steckt, und fädelt ihn von innen nach außen in das nächste Loch ein. Das Stück wird anschließend über die Mitte gezogen und auf der anderen Seite wieder von außen nach innen eingesteckt. Dieses Muster wird dann bis zum Schluss wiederholt. Bei der letzten Öse werden dann je Seite die Enden ebenfalls von außen nach innen geführt. So kann man dann die Schleife hinter der Lasche verstecken. Technik Nummer 2 ist das gekreuzte Einfädeln. Hier fädelt man beide Enden von außen nach innen in die ersten Löcher von der Spitze des Schuhs aus gesehen ein, so, dass beide Seiten gleich lang sind. Danach geht man mit jedem Ende in das nächste Loch auf der anderen Seite ebenfalls von außen nach innen. Das wiederholt man dann bis zum Schluss, sodass die beiden Schnürsenkel sich überkreuzen. Bei der letzten Öse fädelt man dann die Schnürsenkel auf beide Seiten, wie auch beim ersten Beispiel, von außen nach innen ein, und so kann man dann die Schleife hinter der Lasche verstecken. Technik Nummer 3 ist, einen Schnürsenkelverschlussknopf zu benutzen. Hier kann man sich entscheiden, ob man die üblichen Schnürsenkel behalten möchte oder lieber elastische Schnürsenkel verwendet, da hier der Halt und die Dehnung besser ist. Der Schnürsenkelverschlussknopf wird an den Enden der Schnürsenkel angebracht, wobei man hier darauf achten sollte, dass die Schuhe die benötigte Weite und Enge haben. Danach bindet man an diese Enden einen entsprechenden Knoten, sodass der Knopf nicht abfallen kann. Anschließend werden die Verschlussknöpfe einfach zusammengeschraubt. Das führt dann dazu, dass beim Schnürsenkel keine zwei Enden mehr sichtbar sind. Technik Nummer 4 ist es, die Schnürsenkel einfach direkt im Schuh zu verstecken. Es gibt viele Schuhe, bei denen es nicht möglich ist, die Schnürsenkel dauerhaft unter der Zunge zu verstecken. In einem solchen Fall kann man die Schnürsenkel ganz einfach nach dem Schnüren auf beide Seiten in die Schuhe hineinstecken. Ebenfalls kann man sie auch unter der Zunge versenken oder nach vorne unter die Schnüre stecken. Über einen Daumen nach oben sowie ein Abo freuen wir uns natürlich. Bis zum nächsten Mal auf Beautypanel.